Na ja, 10, wir leben. Wollte nicht. Aber da sind... Oh, da oben sind welche. Unsere Leute. Dann warten sie auch im Bunker. YPL1, okay. Wir wissen genau, wo es ist. Move out! Wir müssen alles frei gemacht sein für uns. Ja. Ja, geil. Ja, denke voll. Bitte alles im Nacken. Ich auch. Warum im Nacken? Gehen wir wieder da durchs Loch in der Wand. Das ist geil. Das war gut, ja. Hm. Oh. Warum? Ich hab' mich schon getroffen, alter. Ich darf schon mal verbinden, sonst... Oh, die Null... Oh, voll in... eine leichte Wunde voll in... in die Brustkorb gewanscht da mit mir. Darfst du nicht zu schnell an einer Stelle stehen bleiben. Dann geht's. Können wir mal wechseln. So, ich hab' hier vier Mann wegrasiert. Geil. Grasiert. Feindlicher Heli, alter. Oh, nee. Scheiße. Und noch mehr. Müssen die jetzt kommen? Okay. 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 Oh, alter. Das geht mir auf den Zünder. Ja. Was ist das denn aus deinem Wandshaus hier? Fingernägel oder Angelhaken? Na, das ist so eine Nähnade. Achso. Scheiße, jetzt kommen ja Gegner. Ja. Naja, warte, lass die mal hier kämpfen. Ich bin grad... Wir bleiben erstmal hier oben. Ja. Scheiße. Da ist hier einer vor unserer Nase gelaufen, alter. Boah. Den hab ich erschossen. Den hab ich erschossen. Geil. Oh, da hab ich den gesehen, ja. Booten. Hm. Ich sehe ein Windungsfeuer hier unten. Achso. Außerhalb des Compounds. Hm. Ich würde ihn ja gerne mal angucken. Ja. Warte noch kurz. Dann komm ich da runter. Jetzt sieht das erstmal eigentlich ruhig aus. Oh, da läuft weg. Da... Ich hab'n. Geil. Ja. Ja, ich bin ein Schwein, ich weiß. Nö. Was? Das ist Krieg. Das ist kein Abcampen hier. Das ist normal. Das ist nicht hier... Sporn... Ja. Sporn-Trett. Ja. Hier liegt er. Im Dreck. Cool. Ich guck mal rein. Ich guck mal rein. Hat er denn, Daniel? Hä? Hat er doch die Eker? Dann meinst du, der KI kommt rausgerannt? Ja, weiß ich nicht. Der F1 kann er da doch, geil. Ja, aber... Wo bist du jetzt? Wegen der Granate? Ja. Ich will meine Granate reinpacken. Warum? Weil ich sie hab'n. Hä? Wo ist denn der hin? Hier hin doch gerade ein Spieler. Wie... Übern Gartenzaun. Ach so? Übern Gartenzaun. Ach so? Komm ich zu dir. Da hink doch hier sie an die Tür gelehnt. Wo bist du? Ich bin drin. Ich bin hinten an die Mauer gelaufen. Ja, hier ist einer. Wenn wir noch mal ausfinden, ist ja einer. Wo? Hier vorne am... Ah, an der Ecke vorne. Bist du jetzt schon durchs Loch gekrochen? Nee, 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 nee. Ich bin ja an der Ecke. Direkt an der Ecke, wo wir runter sind. Na dann komm mal durchs Loch. Durchs Loch und dann links hinter. Da ist doch dieser Gastank. An dem muss er vorbei. Und da ist so eine Hütte dann. Da bin ich drin. Loch bin ich? Okay. Und dann links oben dann. Links. Er läuft nach rechts. Hier ist der Gastank. Hier liegen doch dann ein paar Tote. Ich bin ja so im Haus drin. Ich komm jetzt raus. Ich seh dich. Ich seh dich. Ich seh dich. Hier war doch hier rein. Doch was? Die blägen hier draußen. Ich weiß nicht, ob die draußen sind oder im Bunker. Was hört man hin? Denkst du, die sind neben dir? Ey, ich hab doch hier einen Spieler erschossen, Alter. Was ist denn das für eine Scheiße? Da hing an der Tür. Der ist weg. Ja, die ist in dem Bunker. Das ist nicht normal. Ja, nicht. Okay. Das war der. Der war das. Der ist schon getrackt. Ja, jetzt bin ich ruhig. Puh. Der ist weg. Okay, weg. Hast du? Ja. Okay. Wir müssen schnell den Bunker fängen. Wir müssen hier nachladen, klar. Da ist dein Löt rein hier. Gab es hier noch irgendwas? Nein. Jetzt bin ich welcher oder draußen welcher. Alter. Scheiße. Ja, wir sind hier drinnen. Komm, weiter rein. Komm, wir setzen uns hier an die Treppe. Wenn sie die Treppe runterkommen wollen, legen wir sie um. Okay. Nicht so weit, bleib hier. Nicht so weit hoch. Nicht, dass die dich sehen. Ich denke mal, die sehen dich dort schon. Komm, wir machen uns hier rechts und links. Siehst du mich gut? Okay. Das ist ein bisschen ein Schussballen. Wenn einer kommt. Boah. Das war mal einer von dem Arsch. Wechseln. Mhm. Ey, überall ist dumm. Alter. Das war doch Sinn. Ja. 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 Ha, doch. Moment, moment. Das ist geil. Hey, hey. Hier fehlt mir der Klaus. Hotdog. Alter. Man ist laut, man ist leise. Dann lauter jetzt. Ich habe den Spieler auch Chancen. Okay. Ich will nicht weiter vorgehen. Da wollte ich den Skeftor fluten. Hi, you man. Hotdog. Hey. Alter. Oh, Moment. Das ist so geil. Das ist so geil. Ich muss das selbe Ding. Was müssen wir eigentlich machen jetzt hier? Eigentlich unsere Leute suchen. Ach ja, stimmt ja. Dann müssen wir ins Trappenhaus im Bunker. Na los, gehen wir los. Hier kommt ja jetzt keiner mehr wahrscheinlich. Ich sehe keinen mehr. Das stimmt, das weh man im Trappenhaus. Die sollten wir eigentlich kriegen. Ich gehe mal vor. Ich kenne mich ja aus. Hier von der Linken. Ey, warte. Komm, wir lassen uns mal hier in die Waffengisten gucken. Ja. Wenn wir schon mal hier sind. Das stimmt. Halt hier das Treppenhaus. Ich habe es schon gefunden. Boah. Panzer. Oh, hier zwei Westen hier. Echt? Alter, hier. Schau sie mal raus. Gucken wir mal. Okay. Inspekt. Level 3 ist das auch bloß. Das sind Panzerwesten, oder? Ja, ja. Ja, das sieht aus wie eine Alpha S. Kommt hier was an? Das klingt so blöd. Ich hoffe mal die Kopfhörer jetzt hier. Das muss ich übertrappen. Ich will die mal angucken, ja. Nimm die mal. Die ist größer wie meine. Wollen wir mal, wenn ich die hier rein tue alles. Und die Treppe hier. Nee, die kann ich nicht anziehen. Das war klar. Ach, frickt dich doch, Alter. Hm. Mensch. Oh, Moment. Wo ist die andere jetzt hin? Hier. Ah, warte, nee. Scheiße. Oh, ach, die braucht. Nein, komm her, oder? Ich stecke die mir in den Rucksack. Aber keine gute Richtung irgendwie. Geil ist er, habe ich gefunden, geil. Die habe ich weggeschmissen gerade. Ach so. Nur, kann es behalten. Die fahrt es auch nicht, nee. Wird er ausgepackt. Also, ich habe die Beste jetzt in den Rucksack gesteckt. Also, der nächste Raum rechts rein in den Treppenhaus. Dort sind die. Dreißer, Alter, mit. Der nächste, rechts, ja. Oh, ja. Da unten steht einer, und da kommt das doch her. Alter. Aber auch einer. Oh, mit der Schrotflinte, Alter. Ich mich erschrocken. Ja. Alter, leck mich am Arsch. Geht's da lang irgendwo? Geht's jetzt mit der Kappe hoch? Nee, da kommen wir da oben raus, wo wir gerade waren wahrscheinlich. Da wollen wir nicht hin. Ich weiß es nicht. Nee, wir müssen links mit der Kappe hoch rein. Da sind die auch. Hier kann ich irgendwas hier, der Punkt bei mir hier. Ich kann aber nichts ablegen hier oder machen. Bei den roten Dingen hier. Das sieht aus wie Splint oder sowas. Ja. Aber man kann's nicht nehmen. Ja, wir müssen hier rein. Ich glaube mal, hier unten müsste gleich einer kommen. Hier runter gehen, sonst hießt man. Hier müsste der stehen. Nee. Da ist er recht. Ja, ich gucke mal. Ich höre doch, Steps. Ich bin weg. Ey, hier sitzt was. Ja, da sind sie. Nee. Ey. Au. Ich war's nicht. Er stand hinten drinnen. Ach so. Ey, was war das, Alter? Scheiße. Der hockt hier hinten drinnen. Nee, es war kein Spieler. Sicher? Ja, ich habe keinen Namen gesehen. Der hockt hier hinten.